Hey, was geht ab, Leute? Hier ist der ParoNRP. Ja, ähm, kurzes Infovideo, ähm, jetzt nach der Gamescom, ich muss erst wieder so in den Rhythmus kommen, es wird jetzt, äh, die Woche ein bisschen holprig, holprig sein, was Videos angeht, ähm, ich bin diese Routine, äh, normalerweise habe ich meine Routinen, ich nehme dann und dann auf und lad dann und dann hoch, das wurde durch die Gamescom und durch das Treffen mit den Jungs und so ein bisschen durch, durcheinander gebracht, ich will keine Ausrede finden, ähm, ich hätte vorproduzieren können, blablabla, Keks, ich weiß, blablabla, kennen wir alle schon, ähm, auf jeden Fall hat nicht so funktioniert, wie ich das haben wollte, also habe ich, ähm, habe ich mir überlegt, komm, machen wir das so, ich will eh den, das Kanal, das Kanal Design oder das Konzept von dem Kanal im größten Sinne beibehalten, aber doch umstrukturieren und ich habe da ein paar Ideen und, äh, wir haben auch schon ein paar Games, die wir zocken werden und, ähm, wo wir im Moment Bock drauf haben, ihr kennt das ja, wir zocken halt, also ich zock zumindest nur das, worauf ich im Moment Bock habe und, äh, so wird das auch sein und bleiben und, ja, genau das wird es jetzt demnächst geben, ich weiß nicht, ob diese Woche schon alles so läuft, wie ich das haben möchte und wie das geplant ist und so weiter und so fort, das kann ich euch nicht sagen, aber ich kann euch sagen, dass wir uns die größte Mühe geben, wie immer, ähm, auch ich, also, dass ich mir, blablabla, mein Gott, jetzt bin ich schon wieder raus, egal, das gehört halt dazu, ähm, ja, ich gebe mir die größte Mühe, euch irgendwie unterhalten, irgendwie zu unterhalten und, äh, ja, die Jungs helfen mir dabei, ähm, ich werde viele Projekte jetzt demnächst mit Chewie machen, gucken, wer noch so dabei sein wird, ich hoffe, Musa und, äh, Stefan sind auch wieder dabei und dann Atzi und Greet, je nachdem, ob die Bock haben oder nicht, das klärt sich dann im Laufe der Woche und dann, ab nächste Woche habt ihr wieder einen gewohnten Tagesplan, dann kommen die Folgen wieder, 12 Uhr, 15 Uhr, 18 Uhr und, wenn noch mehr kommt, vielleicht auch 14 Uhr, 16 Uhr, irgendwie sowas, das werdet ihr aber alles noch sehen, für weitere Fragen oder irgendwas anderes, einfach in die Kommentare oder, ganz easy, also, für Updates und sowas, immer auf Facebook gehen, da werden auch Bilder gepostet und Videos und Links und wenn ich sonst so Langeweile habe, schreibe ich immer da, also www.facebook.com.de, einfach nur liken, ihr müsst euch nicht jeden Scheiß geben, könnt auch einfach weiter scrollen, aber so für die Main-Updates und so, geht einfach auf Facebook und dann seht ihr, wisst ihr Bescheid, ähm, ja, danke für eure Aufmerksamkeit, äh, wir sehen uns in den kommenden Folgen und Spielen und so weiter und so fort, bis dahin, viel Spaß noch, Tschaui! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020